ich bin was er machen und ich bin sie gerade an dem Murmel Elisabeth die Städte er liegt im Bett im Minecraft der Reisung ist zur Baune genommen werden sagt auch kein Ton Julo Kisten komm ich auch mal nach oben Julo Kisten um die ein paar Hände und die um der Niedersatz der wir haben egal sind da wir im Port habe ich ich glaube auch nur bis zumal so die haben wir um Urlaub ist also lieber unten irgendwo wir haben ja so viel wir haben ja so viel Ordnung so unglaublich ich finde mich hier super zurecht der ist toll der Song Annie ah da ist La Pesla zu lieb und da ist auch Redstone so wie sieht so weißt du was ich kann sie machen was ich jetzt machen guck mal her die ist oben die ist oben die Kiste oben von dir hast du aus Julio Mittag gebaute Nö nö das könnte ich aber auch machen das ist eine gute Idee in der Falle der ganze Julio Mittag na ja eben in das ist immer weiter schauen was ich noch brauchen darf Pulver Ice ach so ich hätte gar keins gebraucht guck an und die Erd gebraucht davon habe ich nur 33 auf Tasche das so 64 in war das so in die Ecken Glowstöne werde ich dann wohl jetzt mal in die Mitte die Wienforsplatte La Pesla zu lieb und drüber war noch der Sonarium Part ja da habe ich gesagt habe ich schon gesagt dass ich voll Hunger habe ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen ich habe aber auch im Spiel Hunger sehe ich gerade das kommt das ist ja was ist ja ich weiß nur nicht was ich mir gleich machen soll ich habe voll Hunger ich glaube kennt ihr diese fertig abgepackten tiefgefrorenen Hühnerflügel mit Barbecue Soße Schaf und so ich glaube davon werde ich mir gleich jetzt meine Tüte in den Ofen schmeißen drauf geschießen oder ich mache mir einfach nur eine Suppe ne Suppe ist langweilig ich mache dir was ordentliches das ist jetzt aber ein krasser Kontrast erst diese Chicken Dinger mit der Soße und dann ach oder ich mache mir einfach nur eine Suppe könnte ich auch machen oder weißt du was auch ganz gut ist ich habe so kleine Hähnchenschnitzel äh so 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 Art wie Minutensteaks ja mach uns nur noch Hunger ey und dann mache ich Reis dazu und eine Jägersauce oder so einfach so ganz schlicht ich glaube ich kann ja auch erstmal hart essen wenn ich hier fertig bin mit dem Ofen hart essen gehst du? hart essen geh ich also sprich die Nudeln ungekocht essen oder was? genau genau richtig hart essen hart essen nicht ess Steine achso wenn schon dann schon ja genau wenn schon dann richtig oh kann diese Furnace nicht schneller gehen was ist das hier Longfallboots und Jetpack die Umweltschüsse die Umweltschüsse das war in der Kiste oben drin ja na wie war hat man wieder zu viel Langeweile und zu viel Ressourcen nö da kannst du aber mit Yu-Yu-Meter die sämtlichen Zutaten ne diese Longfallboots und Jetpack kann ich mit Yu-Yu-Meter ich will es aber kein Longfallboots anziehen ich habe hier Dingens meine komplette Diarrüstung an du hast du eine Diarrüstung oh jetzt haben wir mir aber nach vorne gebeugt Entschuldigung weil wir Yu-Yu-Meter haben und du daraus Diamanten machen kannst und wir uns mit Yu-Yu-Meter zuscheißen können gibst du dem den Jetpack ihr gib dem doch den Jetpack achso das ist seins ja wieder schön wie macht man aus Yu-Yu-Meter jemanden äh neun Stück einfach das ganze Craftingfeld voll mit Yu-Yu-Meter die haben ja genug aber mach nicht zu viele Dias wir haben unten auch noch Dias in der Kiste liegen übrigens ja das ist ja vollkommen Wumpe nee können wir die erstmal verbraten wir haben unten ein ganzes Beryl Yu-Yu-Meter warte hier ich geb dir Dias Eni Enrico ich hab auch noch einen Dias auf Tasche so ist es nicht oh nee warte ich wollte dir das ganze zuwerfen so Hybrid Solar Panel ich brauch Iridium Platten das heißt ich brauch Iridium Ohr und du warenst Alloys das heißt ich brauch wieder ganz viel kann man Copper eigentlich auch machen mit Yu-Yu-Meter ja du kannst sämtliche Staube kannst du äh beziehungsweise sämtliche Ohre kannst du Ohrs kannst du machen werd ich mal kurz gucken weil das wär nicht schlecht so was ist jetzt hier mit meinem Invar Inget 25 Stück noch ich will endlich Magmatic Engines bauen Gold brauchen wir auf jeden Fall auch eine ganze 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 Arschmenge voll Gold brauchen wir denn kannst du auch anders aus Yu-Yu-Meter wir müssen nämlich ähm wie heißen sie ähm 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 wo sind sie golden conductive pipes müssen wir nämlich machen denn wir müssen ja die ganze Energie was ist jetzt hier Strom alle oh die Badbox ist leer Joa schmeiß mal in den Generator wieder nen Stack Coalcore rein oder so Ah im Generator ist Coalcore drin aber die Electric Furnace zieht den halt voll leer ne hängt halt voll dran ne voll viel dran ja ich muss die Upgrades mal rausnehmen da zwei Stück davon weil die Furnace zieht sonst so die Badbox leer ne ja normal so ich hab jetzt hier ich hab jetzt Advanced Solar Panels das heißt ich bin jetzt einen Schritt vor Hybrid Solar Panels ich hab aber allerdings noch zwei normales das heißt ich will nochmal zwei Advanced machen das heißt ich brauch nochmal Reinforced Iridium Ingot und Reinfined Iron doch fertig Gott sei Dank Toll wir haben noch Iridium Ingot ja haben wir okay so Green Find Iron haben wir auch Magmatic Engines Freunde das sind die besten Engines Ever 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 haben wir ein Rezept für Pisten in der Project Table oder hat da noch keiner ein Rezept für erstellt ich glaub hat noch keiner ein Rezept für erstellt und ich rede jetzt so abkackt weil du es kannst na oh so Solar Panel Hybrid Solar Panel ja ähm warum läuft hier nicht weiter ja ich weiß ich guck einfach aber ich weiß schon wieder nicht mehr was ich machen sollte doch Advanced Solar Panels genau ach die sind aus weil da keine ich brauch Advanced Alloys hab ich noch welche ja vier Stück reicht gerade Kohle so das heißt die da dahin wir müssen weiter arbeiten wir brauchen die wir brauchen Lava wieso verschwinden die denn nicht wenn ich die da rein place ne wir haben ja hier unser Magma Crucible also wir brauchen eigentlich ne ich hab Halluzinationen der verwandelt schön äh Nether Brick Nether Rack Entschuldigung nicht Nether Brick sondern Nether Rack in Lava und mit dieser Lava können wir dann gleich können wir dann gleich die Magmatic Engines Antreiben hahaha und mit ein bisschen von der Lava müssen wir uns dann einen Liquid Tesseract bauen mit dem können wir dann schön in den Netter gehen und Lava uns und die Lava rüberpumpen genau das wäre eigentlich das wäre eigentlich das Optimum Liebe Gemeinde Liebe Gemeinde Liebe Gemeinde Liebe Gemeinde Daniel Jo Warum mussten wir nochmal der End Wegen den Endappellen Liebe Gemeinde Liebe Gemeinde So Magmatic Engines das heißt ich brauche jetzt erstmal Pistons ich könnte was zu trinken verdragen aber hier ist leer Pistons solltest du dir was zu rüber beamen Pistons Jo mach mal bitte Pistons Ich habe überall und sonst wo Holz rein geworfen Rubber auch Oakwood Stone Snowblock Grasblock Obsidian Glas Stillwater Block Lavasauce Block Coco Beans Glowstone und wird kräftig Kacktein so verkehren die sich erst mal bequem machen das Mikrofon noch ein bisschen Lillipat Entschuldigung Freunde ich muss gerade mal hier ein bisschen Rambatamba machen hier mit dem Mikro so Gunpowder Federn Insects ey man kann Enderperlen machen cool ist meine Wasserflasche umgefallen hier Prozent was er offen und so nicht Schade war um und trotzdem jetzt nicht ruhig zu mal ein worden ich habe welche und in der Kiste sind auch welche die Kiste sind keine mehr jetzt schon Prozent mit dem Monat ich muss jetzt ein paar Pistons bauen Gottes Willen Dortmund hat heute Abend verloren Oh nein eine Runde Mitleid Wie hoch? 2-1 aber ist trotzdem im Viertelfinale ja ich wollte gerade sagen ich habe gerade Schock fürs Leben bekommen oh Gott ich habe naja spielen doch sowieso alle Scheiße und es sei egal wenn jetzt nicht sagen können die haben Hör verloren hätte ich zu Shampoos aufgemacht wieso du hast da sowieso keinen ich hätte die einen geholt im Keller wäre ich extra auf gargegangen wenn er mit seinen zu uns an ich mag ich mag den Danny du bist so du bist so durch wir wissen dass du Penis magst ich mag aber auch Muschengale du bist wirklich so ein bisschen Genitalien vom Fokus veranlaget irgendwie ne klar es liegt aber überhaupt nicht ja ich möchte nicht sagen an der Schule an uns zum Umfeld Silver Ingot haben wir Silver Ingotts ich will sagen bei euch sind alle schwul nein wir sind nicht schwul wir sind einfach nur versaut von hinten bis vorne ja so kann man es auch nennen ich muss also jetzt you can only sleep at night you can only sleep at night Sonne geht auch unter was willst du ja dann ist noch nicht nacht genug du bist immer recht schnell im Bett Meister Annie ist schnell im Bett war das auch wieder zweideutig oh Mann eindeutig zweideutig das wollte ich doch gar nicht so sagen wie ich es gesagt habe du kannst dich ja dann im Sommer davon überzeugen so komm schon noch eine Carbon Platte dann bin ich durch mit meinen Advanced Solar Panels dann muss ich sie nur noch zu Hybrid Solar Panels machen dann haben wir endlich mal genug Saft für alles hier so jetzt es ist jetzt dunkel wir haben ja schlafen gehen oder was oder wie oder wer oder warum oder ich wollte gerade noch ein bisschen schlafen hat noch Zeit ich wollte gerade noch ein bisschen Silber in das Ding ins Schmeißen aber das kann ich ja jetzt wohl mal vergessen Mike hast du alles Eisen gebraucht hä wir hatten jetzt mein Bett weggemacht oh ne da ist noch welches ja wer wohl ja ich nicht super jetzt backe ich hier rum jetzt den Mutwunsch kann mich nicht bewegen ah jetzt oh man genius echt genius und anstatt ein Bett hab ich jetzt den Schalter dahin gelegt kannst du mal versuchen ob du da drauf schlafen kannst klar da kann ich drauf sitzen boah jetzt bin ich hier aber was ist denn jetzt los wer baut denn mein Bett ab seid ihr denn schwul oder was Annie ja dann mach ich jetzt hier ii der liegt vor mir ich hab seine Stinke botten im Gesicht jetzt hab ich drei Betten auf der Hand ey dann stell sie wieder hin so ich muss jetzt ich hab doch die scheiß Dinger sogar noch die da bräuchte ich sage ich sie sogar geladen ich brauche noch weitere 4 copper gold gold bronze um mein Rienfeld Iron brauche ich aus dem Hof mein Pulverized Silber so bald fertig so also das da also ich brauche vier Mixed Metal Ingotts da wo noch äh Eisen habe ich drin 2 3 4 da ist auch noch vier zack jetzt hab ich keinen Platz mehr klasse so die schmeißen wir da rein und dann kriegen wir und wissen was auch schlimm ist ich hab jetzt auch nichts zu trinken mit so ne scheiße ja das geht mir auch so ich werd jetzt gleich mal kurz ich hab genug Wasser was ist denn laufen um mir was zu trinken holen was ist denn die weite Entwicklung von der Badbox beziehungsweise gibt es da irgendwas was mehr EU hat die MFUs und die MFSUs die baue ich später ich kann euch sagen dass ich jetzt in 10 Minuten dann eh weg muss juckt du musst schon wieder weg 11 Mann ach so du hast Schule hm Schule was ist das denn kann man dann essen? ja fertig ist relativ ich hab diese Woche halt keine Schule mehr best nächste Woche wieder ist alles entspannt bei mir gut ich werd mir jetzt mal kurz was zu trinken holen ich bin mal grad einen Moment hier steh ich mal nur bisschen ich hab mir übrigens lustige neue Liquids bestellt hab ich das schon erzählt? was bestellt? Liquids was ist das denn? mit Wassermelone und Mango ach ach flüssig kaltes Teiner ja Wasserpfeil für die für die Dampf für die E-Zigarette weißt schon was du meinst für die E-Zigarette hier zum Kiffen Kiffen ist ein Kiffen hast du im Jenke-Experiment jetzt im Mittwoch hast gesehen ja das war übrigens voll cool hab ich schon wieder was verpasst? das Jenke-Experiment lief schon wieder irgendwann das Jenke-Experiment ist das auf RTL oder was? genau auf RTL mir leid RTL hab ich bei mir aus dem Dinges gelöscht das glaub ich dir nicht ja aber ganz ehrlich ist bei uns im T-Entertain hab ich das rausgelöscht aus dem Receiver aber durch ihn aber nur durch diesen Jenke kommt das ins Rollen dass vielleicht das Kiffen in Deutschland ab 21 Jahren erlaubt wird super juckt wen? mich nicht so Silver Inget äh wobei ich könnte es mal tun vielleicht hilft es mir ein bisschen also du willst es tun? also bei Tourette und so vielleicht hilft es ja auch und was gab es noch? Spastiken hier ja es beruhigt dann gab es noch irgendeine andere Krankheit Musciples Karose ja das hat mein Bruder aber dann halte ich das weiß er aus Erfahrung ja aber die Schmerzen beziehungsweise es beruhigt ja ja gut deswegen kifft er ja aber es hilft halt nicht dagegen ne ist er also ist er medizinisch darf er das? nö ist ja nicht zugelassen dürfen wir bisher nur 200 200 äh noch was Personen ist ja nicht zugelassen deswegen macht er das eigentlich traurig ey ja mein Gott so oder wenn ich nicht loslassen dass die Kidsnetze kriegen aber so ja einfach in Apotheken verkaufen fällig na eben schon ist die Sache gegessen was ist mit Apotheken? so äh Pisten von Wachpachstier? so jetzt bräuchte ich Invagier ach du scheiße wie viel brauche ich da oh Gott ist das viel ist Daniela eigentlich schon wieder da? nein doch der hat sich gerade bewegt äh doch doch außerdem merkt er am Geruch sobald hat er wieder komisch riecht oh hat man jetzt eigentlich gesehen dass du den Bildschirm verlassen hast Alter jetzt wollte ich mir gerade was bauen weißt du jetzt kannst du wieder fuck ein Sauhund ja ich brauche hier ein paar Invagiers hab ich noch Szenarium Parts ja genau zwei Stück perfekt zehn Stück reicht hat ok Moment was war da unten noch? ach der Dia so ok das heißt Dia, Redstone, 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 Redstone und Redstone, Sonarium Part, Lapis Lazuli und in die Mitte das 5 Stück nur ein bisschen wenig ne wir brauchen mehr Invagier oh das reicht gerade hier 2 dahin, 2 dahin also Redstone Probleme aber auch nicht mehr in der Mitte war das Solarpanels dahin und dann 1, 2, 1, 2, 1, 2 und fertig so vier Advanced Solarpanels werden die Diamanten geklaut? Bohnenplatten nein die sind oben die sind oben in der Kiste und zwar ganz hinten also wenn du reinkommst rechts ganz hinten du lögst 1, 2, 3, 4 die sind in der zweiten Kiste so so 8 Stück wo das wir hier wenig, ne? so ich brauche weitere Carbon-Oakten so 8 Magnetic Engines, wo stelle ich die auf? dann wird quasi eine Energiequelle Wupsala ich würde mal fast behaupten, dann wäre ich da draußen auf der Rückseite huch, warte, hab ich jetzt hier und ich hab hier deinen Locks ja oh, ich brauche so viel Leute, wann es erläutern ist? dann werde ich mal hier, hinter dem Gebäude werde ich jetzt mal Platz schaffen oh alter, ich hab mich voll erschrocken jetzt, weil ich hab hier ein Jetpack ähm ween, find, iron, bronze ich denk, warum spring ich auf einmal so denn wegen dem Boots ne, wegen dem Jetpack ne, wegen dem Jetpack die Boots sind einfach nur dazu da, dass du keinen Fallschaden bekommst ja, egal wie hoch du krummgammelst, passiert nix so, jetzt brauche ich schaufeln ich brauche schaufeln den ganzen Tag ich brauche schaufeln soviel ich mag oh, wer zieht denn da die ganze Energie aus der Batbox ich nicht ja, die Rubberproduktion hier der Scheiße alter, diese Kisten sind so scheiße voll mit Crab äh, warum tut der mir diese zweimal Gold-Cable da nicht, äh, geben im, im Project Table und so wie auch im Normalen wir haben so Electronic Driller und so haben wir noch nicht, ne? äh, du weißt schon, dass du für Gold-Kabel oder was willst du machen? ja, Gold-Kabel, äh, äh, ja da müssen in die Mitte drei Gold-Inget in die mittlere Reihe boah, jetzt muss ich jetzt mal wieder Vollgold machen, ey äh, steht da aber nicht warum machst du das jetzt weg? weil ich jetzt da Platz machen will weil hier kommt nämlich jetzt noch ein zusätzlicher Raum hin wo voll ist nachher mit Magmatic Engines okay, okay nein, Daniel, es geht nicht